So meine lieben Freunde, es wird mal wieder Zeit, einen Klassiker aus dem Sack zu holen. Und das ist ein Klassiker, über den habe ich mich dann doch sehr gefreut. Beziehungsweise war ich am Anfang ja so doch recht gut überzeugt von diesem Film, aber nachdem ich dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, muss ich sagen, Mann, 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 das ist schon ein ganz schön starkes Stück Thriller-Kino. Ich werde Masters einbochten. Wenn dieser Kauf möglich wird, sitzt er fest. Wenn Sie mit dem Vorschuss nicht drüber kommen, ist das Frau dran. Sie sind nicht die ersten Agenten, die sich am Masters ranpirschen. Sie sind doch hoffentlich nicht verdrahtet, oder? Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe diesen Film schon mal gesehen. Vor 25 bis 28 oder 30 Jahren bei meinem Vater. Der hatte den mal, dann habe ich da reingeschaut. Aber ich habe nichts davon in Erinnerung behalten. Tatsächlich nicht. Allerdings im Laufe der Jahre und mit immer größer werdendem Filmwissen oder mit immer größerer Filmbegeisterung, habe ich diesen Film dann schon anhand diverser Listen immer mal wieder auftauchen sehen. Unter anderem gibt es in diesem Film hier eine Verfolgungsjagd, die sehr berühmt ist und die halt immer wieder genannt wird, wenn es um berühmte Verfolgungsjagden geht oder in irgendwelche Listen auftaucht, die halt berühmte Verfolgungsjagden aneinanderreihen. Und sie stammt dann auch gleichzeitig von einem Mann, der ebenfalls in der Liste schon vertreten ist oder schon eine andere berühmte Verfolgungsjagd inszeniert hat für einen ebenso berühmten Polizisten-Thriller. Aber der soll heute hier nicht Gegenstand sein, beziehungsweise der wird bestimmt auch gleich nochmal erwähnt. Aber ja, aufgrund der Tatsache, dass dieser Film eine sehr berühmte Verfolgungsjagd enthält, eine sehr gut gemachte Verfolgungsjagd, bin ich immer wieder auf diesen Film gestoßen. Und deshalb war ich dann auch echt erfreut, als dieses schicke Mediabook von Leben und Sterben in L.A. bei mir eintraf. Und ich habe mir den Film jetzt vor einigen Tagen angeschaut, zusammen mit meiner Frau, was mich ebenfalls sehr gefreut hat, denn ich hatte ihr drei Filme zur Auswahl gegeben oder vier. Unter anderem war da Bumblebee dabei, das weiß ich noch. Dann ein Anime namens Fireworks und eben Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin. Und weil meine Frau ja schon ein etwas größerer Krimi- und Thriller-Fan ist, hat sie sich für Leben und Sterben in L.A. entschieden. Und das hat mich sehr gefreut, denn dadurch habe ich einen Film entdeckt, der nach einer Nacht Überlegung wirklich, wirklich hoch oben im Body-Cop-Action-Thriller-Genre bei mir gelandet ist. Und bevor ich darauf eingehe, gehe ich natürlich erstmal auf die Story ein. Die bringt allerdings ein kleines Problem mit sich, denn, naja, auf der Rückseite dieses Mediabooks steht ein FBI-Agent. Und in der Inhaltsangabe, da ist die Rede von einem Secret-Service-Agent. Und ich glaube, hier in diesem Mediabook gibt es ein 24-seitiges Booklet. Da ist dann auch mal die Rede von, ja, Ermittler, Fahnder, Detective. Ich habe auch, glaube ich, im Internet irgendwas von Polizisten gelesen. Und dementsprechend bin ich nicht so ganz sicher, was ich da genau sagen soll. Obwohl der Film am Anfang schon eigentlich, ja, recht klar macht, dass es sich bei den beiden, oder den zunächst beiden Hauptfiguren, Jim Hart und Richard Chance, um Secret-Service-Agenten handelt. Denn sie gehören zum Sicherheitsteam einer Wagenkolonne. Und in dieser Wagenkolonne soll wohl, ja, President Ronald Reagan sitzen. Der wird zwar nie gezeigt, aber das ist wohl so die urbane Überlieferung, beziehungsweise die Geschichte oder die Hintergrundstory davon, dass die halt am Anfang zum Security-Team von Ronald Reagan gehören. Und man lernt halt am Anfang dann direkt Richard Chance kennen und auch seinen Partner, seinen etwas älteren Partner, Jim Hart, die halt einen Bombenanschlag vereiteln können. Jetzt muss ich dazu sagen, diese Szene, dieser Prolog, der wurde erst nachträglich gedreht. Tatsächlich würde ich sagen, jetzt so nachbetrachtend, fühlt er sich auch fast wie ein bisschen Fremdkörper an. Denn nichts im folgenden Film hat noch etwas mit der Arbeit zu tun, die man halt am Anfang zu sehen bekommt. Oder beziehungsweise mit dem Einsatz zu tun, oder mit den Einsätzen oder den Aufträgen zu tun, die dort am Anfang geschildert werden. Also Richard Chance und Jim Hart im weiteren Verlauf des Films sind auf der Spur oder auf der Jagd nach einem Geldfälscher namens Masters, Rick, Eric Masters, gespielt von Willem Dafoe. Und weil Chance seinen Partner Jim Hart alleine losziehen lässt, um eine Spur zu verfolgen, gerät hart eben an Eric Masters, beziehungsweise wird von Eric Masters überrascht, in eine Falle gelockt und letztendlich dann auch liquidiert. Das ist direkt so am Anfang des Films. Und Chance wiederum ist jetzt nun wirklich sehr, sehr verbissen und möchte eigentlich nur noch eins, Rache oder eben Eric Masters zur Strecke bringen. Das Problem ist, er bekommt einen Partner an die Seite gestellt, namens Vukovic, den er wirklich nicht so sehr leiden kann, den er für nicht wirklich effektiv ansieht, der einfach nicht Straße genug für ihn ist. Und diese beiden müssen jetzt nun versuchen, diesen doch sehr elegant gekleideten, sehr, ja, wie soll man sagen, sexuell freizügigen, sehr körperlichen und sehr künstlerischen Geldfälscher, Eric Masters, zur Strecke zu bringen. Sie versuchen ihn zur Strecke zu bringen. Also, ich sag's direkt, Leben und Sterben in L.A. war für mich oder ist für mich ein richtiges Brett. Seit selbst jetzt 5, 6 Tage, nachdem ich ihn gesehen habe und dieses Video aufzeichne, muss ich immer noch über diesen Film nachdenken, immer noch gewisse Elemente mit anderen Filmen vergleichen oder mir gewisse Elemente durch den Kopf gehen lassen und gewisse Entscheidungen in diesem Film. Und ich bin wirklich richtig gut beeindruckt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Film, ja, vielleicht wieder oder eben erstmals für mich zu entdecken. Mit all den Sachen, die ich inzwischen weiß, mit all den Sachen, die ich gelesen habe und mit all den Filmen, die ich inzwischen gesehen habe. Ja, das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und selbst, wenn ich mich noch daran erinnern könnte, dass ich ihn vor 25, 30, 20 Jahren gesehen habe, damals war ich einfach nicht in der Lage, das einzuschätzen. Man muss auch dazu sagen, der Film ist 1985 entstanden, damals gab es eben noch nicht so viel. Außer vielleicht, ja, nur 48 Stunden und Beverly Hills Cop. Und Leben und Sterben in L.A. ist, man kann schon sagen, so gesehen die Antithese dazu. Also der völlige Gegenentwurf. Wo die beiden so die Blaupausen für Body Cop Action-Komödien waren oder Action-Thriller waren, ist, ja, Leben und Sterben in L.A. mehr so ein Drama-Thriller, also kein reiner Action-Film, sondern eher so ein Cop-Drama-Thriller oder Secret-Service-Agent-Drama-Thriller. Denn dieser Film ist im Vergleich zu Beverly Hills Cop zum Beispiel einfach deutlich grimmiger, humorloser, bürokratischer. Die müssen wirklich diverse Stationen und Vorgesetzte und Paragrafen und sonst irgendwas immer abarbeiten oder abklappern oder sich damit auseinandersetzen, bevor sie dann irgendwas in Gang setzen können. Und das ist mir dann im Laufe des Films wirklich aufgefallen, wie bürokratisch, wie viele Beamtengänge diese beiden Ermittler hier in diesem Film tatsächlich machen müssen. Und dann ist dieser Film auch einfach nihilistischer, pessimistischer, ja. Denn ein großer Hauptdarsteller in diesem Film ist tatsächlich die Stadt L.A. Und wie William Fritkin die Stadt in Szene setzt, ist halt einfach unvergleichlich. So wo, ja, in Beverly Hills Cop dann halt eben die schönen Hotspots in Beverly Hills oder eben in Hollywood gezeigt worden sind und immer wieder so ikonische, ja, Straßenzüge oder Plätze, die man halt eben aus tausend anderen Filmen her kennt, wo die halt immer in Szene gesetzt worden sind, damit der Zuschauer eine Orientierung hat, arbeitet Fritkin hier halt wirklich mit einer richtigen Desorientierung. Denn L.A. ist ein Höllenschlund, ist ein Moloch. Die Farbe wird ständig in so glühenden, fiebrigen, vibrierenden Bildern gezeigt aufgrund einer neuen Kamera, die man damals benutzt hat, mit der man ziemlich weite Aufnahmen, aber auch ziemlich nahe Aufnahmen machen konnte. Und sehr, sehr oft, ja, wie gesagt, fiebert dieses Bild oder die Stadt einfach nur im Sonnenlicht. Die haben auch darauf geachtet, an möglichst bestimmten Tageszeiten zu drehen, damit diese Stadt eben so glühend und so höllisch wirkt. Und man sieht dann auch vor allem immer die Randbezirke und irgendwelche Industrieanlagen und Bahnhöfe und wie es auch in dem 24-seitigen Booklet beschrieben wird, all diese Ausschussplätze oder beziehungsweise all diese Orte, an denen überschüssige Energie ausgestoßen wird. Ja, Müllhalten oder, ja, Verbrennungsanlagen oder sonst irgendwas. Also man weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wo die sich in L.A. befinden, weil man eben Bilder von L.A. sieht, die man zuvor noch nicht so unbedingt gesehen hat. Ja, also der ist halt wirklich eher am Dreck und an den schmutzigen und an den grauen und grobkörnigen Ecken und, ja, Elementen von L.A. interessiert. Und das ist schon mal ziemlich cool. Und diese Desorientierung, die überträgt sich dann halt noch weiter auf den Zuschauer, weil Fritgen dann in dem Film immer wieder Orte und Plätze und aber auch Bilder einstreut oder einfließen lässt, für wenige Sekunden, die so ein bisschen zum einen das Gedankenleben oder das Seelenleben der Protagonisten oder der Darsteller vermitteln sollen, aber gleichzeitig auch den Zuschauer immer wieder halt, naja, im Unklaren lassen sollen, was eigentlich gerade abgeht. Unter anderem gibt es eine Szene mit Willem Dafoe, der kommt in eine Art, ja, Backstage-Bereich eines Triplokals oder eines Tanzlokals irgendwie rein. Also man sieht Bilder einer Tanzaufführung und dann kommt eine Gestalt, die, ja, entweder Mann ist oder Frau. Man weiß es nicht so genau aufgrund ihrer Gesichtsbemalung und ihrer Statur. Die kommt halt in die Garderobe rein. Dort steht halt bereits schon Willem Dafoe und wartet drauf und dann küssen die beiden sich. Und meine Frau und ich, als wir den Film gesehen haben, denken sie, oh, das ist aber schon gewagt für 1985. Direkt solch einen Kuss zwischen Männern, so offensiv in Szene zu setzen, jetzt muss man dazu sagen, nee, bevor ich jetzt aushole. Und dann macht Friedkin einen Umschnitt und plötzlich, ja, merkt man, ach nee, das war gar kein Mann, das war eine Frau, ja. Die Sache ist aber, der Hund, ne, der clevere Hund, William Friedkin, hat wirklich einen männlichen Darsteller geschminkt, wie eben die weibliche Darstellerin, die dann halt später zu sehen ist, in den Raum reingeschickt und hat Willem Dafoe diesen küssen lassen. Und im Umschnitt erst sieht man, dass es eine Frau ist. Und das ist schon ein geschickter Kniff. Und deswegen kann man sich halt auch dann so, das ist wieder so ein Element halt, um diese Desorientierung zu erzeugen. Und das fand ich schon ziemlich geil, weil ich wirklich auch in dem ersten Moment der absoluten Überzeugung war, okay, das ist ein Mann. Gut, im Nachhinein habe ich gelesen, es war wirklich ein Mann, aber es soll halt eine Frau sein. Und mit solchen Verwirrungen, mit solchen Irritierungen spielt dieser Film halt permanent und lässt sie halt immer wieder auftauchen. Auch, ich hatte mal eine Frau, ich weiß noch, wir saßen da und ich dachte so, ey, warum zeigt er eigentlich ständig diese komischen Bilder? Was haben die für eine Bewandnis? Und wie gesagt, im Nachhinein und auch anhand dieses wirklich sehr lesenswerten Booklets habe ich dann erfahren, okay, das hat alles Methode. Ich meine, mir war schon klar, dass, wie gesagt, gewisse Bilder das Seelenleben der Protagonisten widerspiegeln sollen oder halt auf gewisse Dinge hinweisen sollen, aber dass es dann doch zu einer Art, wie soll man sagen, psychologischem wie geologischem Mosaik werden soll, das habe ich erst aufgrund des Booklets erfahren und aufgrund ein paar Artikel, die ich dann noch im Netz gelesen habe. Aber das sind alles so Elemente, die kann ich vielleicht nicht im ersten Moment wirklich hundertprozentig benennen oder genauso formulieren, aber sie sind mir aufgefallen und sie tragen zu der Empfindung bei, die ich bei diesem Film habe. Jetzt muss ich auch dazu sagen, das ist kein wirklicher Body Cop Action Thriller oder kein Action Film, sagen wir es mal so. Der ist halt wirklich eine ganze Zeit lang von Dialogen und Szenen und Ermittlungen gesteuert und getrieben und dann auch gleichzeitig von der Präsentation dieses eiskalten Profis dargestellt durch Willem Dafoe. Es gibt am Anfang so eine Montage oder so eine Sequenz, wie er halt Geld fälscht und dann halt diese ganzen Arbeitsschritte gezeigt werden und das halt eher mit absoluter Präzision vorgeht. Das kombiniert mit diesem Synthesizer Soundtrack von einer Band namens Wang Chang. Die kennt ihr vielleicht für Dance Holdays oder für Everybody Has Fun Tonight. Ja, also die haben halt wirklich auch den 80er Synthi Sound geprägt und deren Score, den habe ich schon 10.000 Mal gehört. In irgendwelchen anderen, ja, wie soll man sagen, Filmzitaten beziehungsweise bei irgendwelchen anderen Filmen, die halt vielleicht Leben und Sterben oder eben die 80er zitieren wollen. Dieses sehr von Hi-Hats getriebenen, angetriebene Synthi, ja, Peitschstück, so die ganze Zeit. Man erinnert sich sofort oder man wird sofort vor allem an Beverly Hills Cop oder vor allem würde ich sagen an Beverly Hills Cop 2 erinnert, denn dort waren diese Hi-Hat getriebenen Stücke auch sehr omnipräsent in dem Film und hier halt auch. Und wie gesagt, den Titeltrack, wenn er dann halt da das Geld dazu herstellt oder halt eben die Druckplatten erzeugt und dann zum Beispiel auch, wenn dann diese Geldscheine gedruckt werden und das Rattern dieser Druckmaschine im Takt mit dem Score ist, das ist, oder mit dem Synthi-Soundtrack oder mit dem Synthi-Stück, was Meng Chang für den Anfang hergestellt haben oder produziert haben. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ja, also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dass auf genau solche Elemente dann auch geachtet wird. Und ja, und dann entspinnt sich halt ein Katz-und-Maus-Spiel eben zwischen diesen beiden Ermittlern, die sich nicht so wirklich grün sind und eben einem eiskalten Profi. Und da auch wieder, diese beiden Ermittler, die sich nicht so wirklich grün sind. Und das ist, wie ich es ja schon gesagt habe, entgegengesetzt zu all diesen Filmen, die bisher oder zu diesem Zeitpunkt bisher erschienen waren und eben diese ganze Welle losgetreten hatten und dann aber auch entgegengesetzt zu all den Filmen, die noch kommen sollten. Also zu Lethal Weapon, ja, 1987 oder halt die ganzen Fortsetzungen oder eben auch Last Boy Scout zum Beispiel. Und das geht sich ja, das zieht sich ja hin bis die etwas anderen Cops, der ist ja nachher parodiert, oder aber auch Rush Hour, die dann ja auch das gleiche Prinzip aufgreifen. Zwei gegensätzliche Charaktere werden gezwungen, zusammenzuarbeiten, sind sich die ganze Zeit nicht grün, frotzeln sich oder dissen sich die ganze Zeit gegenseitig und drücken sich irgendwelche Sprüche und irgendwann erkennen sie, oh, wir sind ja vielleicht doch nicht so verschieden und arbeiten dann zusammen und ja, bringen den Tag zu einem guten Ende. Ich sage euch, schaut euch Leben und Sterben in L.A. an und ihr erlebt mal etwas anderes. Ja, denn hier geht es halt auch eben, wie ich ja bereits schon mal gesagt habe, um diesen Moloch L.A., der halt seine Protagonisten, seine Bewohner verschlingt, zermürbt und als etwas ganz anderes wieder ausspuckt. Und ja, hinzu kommt aber halt wirklich eine Verfolgungsjagd, Zucker für die damaligen Verhältnisse, muss man echt sagen, richtig gut gemacht. Vor allem ist es richtig schön zu sehen, diese Situation entsteht aufgrund einer, wie soll man sagen, eines Nebenstrangs oder aufgrund einer Aktion, die die beiden Ermittler machen wollen, um eben ihre finale Aktion, Eric Masters zur Strecke zu bringen, durchsetzen zu können oder überhaupt erreichen zu können. Und daraufhin entspinnt sich diese Verfolgungsjagd. Und sie wird immer größer, immer weiter, geht immer länger und ist wirklich für die damaligen Verhältnisse sehr gut in Szene gesetzt und spiegelt halt noch einmal wieder diese ganzen Themen dieses Films wieder. Denn ihr müsst mal darauf achten, man sieht die Verfolger nur als Autos. Man sieht nicht, wer in diesem Auto sitzt. Oder man sieht nur ganz wenige der, sage ich mal, Antagonisten in diesem Moment. Und gleichzeitig ist man doch immer wieder relativ nah bei diesen Figuren. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also gerade John Vukovic, so heißt der Partner, gespielt von John Pankow, der sitzt halt die ganze Zeit hinten auf der Rückbank und schwitzt sich einen ab und ist halt wirklich der Panik nah, während Richard Chase vorne im Auto, Richard Chance, Entschuldigung, wie er halt vorne am Lenkrad sitzt und halt versucht durch den Verkehr zu navigieren oder durch den Verkehr zu rasen und darauf zu achten, dass die Karre keine Beule abkriegt, weil sonst würde er halt Ärger im Fuhrpark kriegen. Also das sind so alles so wirklich diese Zusammensetzungen oder diese Elemente, die hier William Friedkin zusammensetzt. Das ist alles schon mit so viel Überlegung und so viel Finesse und so viel, ja, einfach mit so viel Kombination aus Optik und Akustik. Das Ganze wurde inszeniert von einem Mann namens Müller. Das ist der Kameramann gewesen von Wim Wenders Paris, Texas. Und Friedkin hatte diese Bilder gesehen und hat gesagt, er will das unbedingt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es Richie Müller war oder Johnny Müller. Ich weiß nicht, ich glaube, er heißt Müller mit Nachnamen, der Kameramann. Und der war so fasziniert von diesen Bildern, dass er ihn halt dafür genommen hat und er bezeichnet ihn als Meister des Lichts. Und das ist halt auch wieder so krass, weil du hast dieses Neon-Noir-Feeling durch diese Neon-Beleuchtung, durch diese grelle, krasse 80er-Jahre-Ästhetik, aber dann gleichzeitig eben die natürlichen Lichtquellen durch diese bewusst zu einem bestimmten Tageszeitpunkt inszenierten Sonnenlichter. Und ja, daraus ergibt sich ein Film, der ist jetzt nicht vielleicht das Spektakel schlechthin, der ist mehr interessiert an den Figuren, obwohl diese Figuren einen auch wirklich kalt lassen. Das muss man auch dazu sagen. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wird Richard Chance als so unsympathisch inszeniert? Warum darf ich dieser Figur nicht näher kommen? Als ich diesen Film dann gesehen habe, habe ich völlig verstanden, warum es so ist. Und das sollte die auch machen. Das lohnt sich wirklich, denen mal gerade im Vergleich zu all diesen anderen Filmen, in denen halt die Ermittler mit einem lockeren, flapsigen Spruch noch irgendwie jede brenzlige Situation irgendwie auflösen oder entkräften können. Da ist dieser Film halt einfach mal ein wohltuender Gegenpool, möchte ich einfach mal sagen. Also wenn ihr Bock habt auf wirklich reinrassige 80er Jahre Ästhetik, einen Cop-Thriller, der sich ernst nimmt und der versucht, nicht in die Figuren, aber eben in ihre Umwelt einzutauchen, um zu erklären, warum diese Figuren sind, wie sie sind, und dann noch eine richtig gelungene Verfolgungsjagd erleben wollt, ja, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Leben und Sterben in L.A. anschauen. So, und zu guter Letzt, wie immer, ein paar Worte zum Umfang dieses Media Books beziehungsweise zu den technischen Details. Und hier kann man sagen, ja, der Film hat nie besser ausgesehen, aber das Problem ist halt, der Film ist von 1985 und dementsprechend muss man den ein oder anderen Abstrich machen. Der hat eine 4K-Restaurierung bekommen und das haben sie aufgrund oder anhand der Originalaufnahmen gemacht und das wurde auch von William Fritgen abgesegnet. Dementsprechend, ja, ist das hier schon wirklich das bestmögliche Ergebnis, glaube ich, was man erzielen konnte. Ich habe den Film, unter anderem liegt dem Media Book eine DVD bei, oder der Film liegt nochmal auf DVD bei. Ich habe den Film mal über meinen Beamer auf der Leinwand laufen lassen und ich muss tatsächlich sagen, ich fand die DVD-Version etwas angenehmer zu schauen auf der Leinwand, ja, auf der Leinwand. Auf dem Fernseher war es eher andersrum. Auf dem Fernseher, ja, da überzeugt mehr die Blu-ray-Version, denn die Abtastung oder der Transfer, der ist wirklich gut gelungen, denn der erzeugt einfach ein viel, viel kräftigeres Farbbild. Also die Farben sind deutlich kräftiger, die Schattierungen sind deutlicher, die Schwarzwerte oder Graustufen sind definierter und ja, alles in allem ist der Film auch einfach viel schärfer. Man muss aber schon ein bisschen in Kauf nehmen, dass dieser Film halt eben so alt ist und dementsprechend ein deutlich wahrnehmbares Filmkorn über diesen ganzen Film verstreut und verteilt ist. Also egal, wo ihr hinguckt, ihr werdet Filmkorn sehen. Und es kann natürlich für den einen oder anderen sein, dass das halt störend ist oder dass er das als nicht allzu gute Qualität empfindet. Ich habe direkt im Vergleich oder direkt im Anschluss mal Bumblebee über den Beamer laufen lassen und das war halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist halt einfach so, das ist ein alter Film, das Ausgangsmaterial ist alt. Wir haben sogar nochmal anhand des Bonusmaterials eine Szene gesehen, die es nicht in dem Film geschafft hat und die sah halt noch viel, viel schlimmer aus. Also dementsprechend, es ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis, was die hier abgeliefert haben. Aber ja, ihr müsst euch mit einigem Filmkorn und verrauschten Flächen arrangieren können. Ansonsten werdet ihr nicht glücklich. Was meiner Ansicht nach nicht ganz so fein gelungen ist, ist der Ton. Es gibt hier zwei Tonspuren, DTS-HDMA 5.1 im Deutschen wie im Englischen und es gibt noch eine DTS-HDMA 2.0 Spur oder eine DTS-2.0 Spur, jeweils auf Deutsch und auf Englisch. Also beide Tonspuren sind in beiden Formaten oder beiden Kodierungen oder beiden Komprimierungen erhältlich. Und ja, da muss ich sagen, auch wenn ein paar Umgebungsgeräusche auf die hinteren Boxen verteilt worden sind und auch wenn das Ganze eine ganz gute Kulisse hatte, ja, es kam meistens von vorne. Auch kein Thema bei diesem alten Film. Aber es gab schon eine gewisse Diskrepanz zwischen Dialog-Lautstärke und dann eben auch Musik- oder Effekt-Lautstärke. Also oftmals mussten wir halt vorne am Receiver das Rädchen wieder runterdrehen oder eben hochdrehen, weil wir Dialoge nicht ganz verstanden haben, weil die dann doch ein bisschen leise waren. Oder eben, weil halt Soundeffekte, Schüsse, Reifenquietschen, Autos, die irgendwo gegenkrachen, Schläge oder eben die Musik, ja, dann doch etwas zu laut waren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht an unseren Einstellungen lag. Ich habe auch versucht, mal verschiedene Modi durchzugehen an meinem Receiver, um, naja, rauszufinden, was den besten Klang erzeugt. Aber es blieb dabei. Also wir waren schon immer mal wieder damit beschäftigt, die Lautstärke hoch und runter zu regeln. Und das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, kann man sich nicht beschweren. Der Sound besitzt eine gewisse Wucht, der besitzt eine gewisse Dynamik. Ob es jetzt nun bei den Verfolgungsjagden oder Schüssen sind. Und auch der Soundtrack wird gut über die Boxen verteilt, will ich auch gar nicht mich drüber beschweren. Aber, ja, wie gesagt, die Balance war dann teilweise doch ein bisschen merkwürdig. Aber kann man darüber hinwegsehen, denn zum einen ist es ein alter Film. Und zum anderen gibt es halt auch jede Menge Bonusmaterial, das mich, ja, dann doch etwas entschädigt hat. Oder, wie soll man sagen, ein bisschen friedlicher gestimmt hat. Ja, und ja, es gibt ein Audiokommentar von William Friedkin für alle, die immer noch nicht wissen. Oder beziehungsweise, die sich die ganze Zeit fragen, warum ich den Namen so oft betone. Der Mann hat wirklich ziemlich viele gute Filme gemacht. French Connection, ja, mit Gene Hackman in der Hauptrolle. Ebenfalls berühmt für eine ganz legendäre und gut gemachte Verfolgungsjagd. Der Mann hat der Exorzist gemacht. Ja, der hat einen wundervollen Abenteuerfilm gemacht namens Sorcerer. Der ist auch großartig. Und dann gab es so einen Karriereknick mit Cruising. Das war ein Film, auch ein Cop-Thriller. Hier, mit ihm hier. Mit good old Al Pacino, der im SM-Lack- und Leder-Schwulenmilieu von New York ermitteln muss. Und dieser Film wurde damals von der Kritik, die von den Zuschauern echt zur Sau gemacht und niedergemacht. Und dabei ist der eigentlich wirklich ganz gut. Denn der taucht halt wirklich sehr authentisch oder beziehungsweise sehr faszinierend und auch sehr düster in dieses Milieu ein. Und gibt einem wirklich ein sehr ungutes Gefühl während der Ermittlungen mit auf den Weg. Und heutzutage wird dieser Film wirklich hoch angesehen oder genießt dann noch einen wesentlich besseren Status. Aber damals, wie gesagt, haben die den echt zur Saison gemacht. Und dann hat man eigentlich die Befürchtung gehabt, dass das schon so ein bisschen der Karrierekiller für William Friedkin war. Aber dann kam eben Leben und Sterben in L.A. Und damit hat er halt wirklich einen Klassiker des Body-Cop-Genres geschaffen. Und auch wenn er jetzt nicht wirklich den üblichen Mechanismen entspricht. Und ja, was hat er noch gemacht? Hier, das Kindermädchen, das Kindermädchen hat er, glaube ich, gemacht. Atemlos vor Angst heißt übrigens der Sorcerer im Original. Das Kindermädchen hat er gemacht. Er hat dieses Remake gemacht von Die Zwölf Geschworenen, das ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Der hat einen Film gemacht mit Benicio del Toro und Tommy Jones, der heißt Die Stunde des Jägers. Den fand ich auch gut. Den fand ich echt gut. Den kann man sich auch heute noch mal angucken. Und dann hat er noch diesen Militär-Thriller gemacht mit Tommy Jones und Samuel L. Jackson. Rules, Sekunden der Entscheidung und so weiter und so fort. Und einer seiner letzten Filme, die es, glaube ich, hierzulande etwas schwieriger oder schwer hatten, das war Killer Joe mit Matthew McCornehy. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch den mal an. Und da ist McCornehy echt asozial in dem Film. Und wenn alle immer so sagen, ja, Wolf of Wall Street und so oder halt der des Bayers Club, da ging es dann los. Nee, nee, nee. Bei Killer Joe, da war McCornehy schon etwas früher dabei, sein bisschen, sein Schönheits-Image oder sein Sunny-Boy-Image zu dekonstruieren und einzureißen. Und wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch den mal an. Der ist schon sehenswert. Kann man sich schon mal angucken. Ja, auf jeden Fall, es gibt einen Audiokommentar von William Friedkin. Es gibt ein Making-of. Es geht ungefähr eine halbe Stunde. Es gibt diverse Interviews, unter anderem mit William L. Peterson, den man ja von CSI dann später, also den man halt auf jeden Fall durch CSI später kennengelernt haben sollte. Der war damals noch ziemlich unbekannt, als er hier die Rolle des Richard Chance gespielt hat. Es gibt ein Interview mit dem Stunt-Coordinator. Es gibt ein Interview mit Wang Chang, das fand ich ganz interessant, die halt den Soundtrack beigesteuert haben, mit Deborah Feuer, einer der Hauptpersonen oder einer der Hauptfiguren und so weiter und so fort. Also da ist einiges dabei. Und dann gibt es noch eine entfernte Szene, das weiß ich noch, die dient ein bisschen dazu, den Charakter von John Wukowitsch zu vertiefen. Und meine Frau und, naja, sagen wir mal so, und bevor diese Szene gezeigt wird, gibt es noch so eine kleine Introduction, also gibt es noch so eine kleine Einführung von William Friedkin und ein paar anderen Leuten, der halt erklärt, warum sie die Szene rausgenommen haben und wofür die eigentlich gedacht war. Und meine Frau hört das so und denkt so, ja, warum haben sie das ja nicht drin gelassen? Das wäre viel besser gewesen. An den Typ bin ich auch so wenig rangekommen, so, den hat man auch so wenig nachvollziehen können. Und dann guckt sie an und meint so, ja gut, wer weiß, wie die halt aussieht und ob man die halt überhaupt noch in diesen Film integrieren konnte, ohne, dass es halt irgendwie besonders stark sich absetzt. Wir haben uns die Szene angeguckt, das ist ein Gespräch zwischen Wukowitsch und seiner Ex-Frau oder seiner Frau und wirklich, das sah halt furchtbar aus. Das sah halt wirklich furchtbar aus. Und meine Frau sieht das und meint so, okay, ich will nichts gesagt haben, das hättest du niemals in diesen Film mit einbauen können. Und das hättest du auch nicht mehr retten können. Also wirklich, das wäre für mich ein Wunder gewesen, aus diesen Szenen ansatzweise eine Qualität zu erzeugen, die zum Rest des Films passt. Naja, und dann gibt es noch ein alternatives Ende. Das ist auch sehr lustig. Vor allem ist die Einführung von William Friedkin und ein paar anderen Leuten ist halt sehr lustig. Die halt gesagt haben, ja, das Studio meinte irgendwie, das wäre so depressiv, das Ende und so weiter und so fort. Und ob sie nicht vielleicht noch eine andere, eine Alternative dafür hätten. Und dann haben sie ein Ende inszeniert, das wirklich tatsächlich auch dann halt in einem Eddie-Murphy-Film hätte vorkommen können. Und das haben sie sich angeguckt und sie haben sogar wirklich, sie haben wirklich alles dafür gemacht. Also sie haben es vertont, sie haben Musik und alles drüber gelegt. Sie haben einen Abspann gebaut, der über den letzten Bildern von eben diesem alternativen Ende läuft. Und haben sich das angeguckt und haben gemeint, ne, fuck it, raus damit. Wir bleiben bei dem, was wir vorher machen. Und das war auch die definitiv richtige Entscheidung. Also, ich kann es nur nochmal wiederholen, wenn ihr mal Lust habt auf einen etwas anderen, ja, Not-Buddy-Cop-Action-Thriller oder auf einen Cop-Action-Thriller-Drama, inklusive Geldfälscherei, Willem Dafoe, der sich hier und da mal ein bisschen nackt durch die Gegend regelt und eine wirklich schöne Saunaszene abliefert, dann guckt euch bitte Leben und Sterben in L.A. an. Also, ich bin nachhaltig beeindruckt von der Visualisierung auf jeden Fall und von der Konsequenz, mit der Friedkin das durchgezogen hat. Und eben von seiner Überlegung und wie er halt die Archetypen gegen den Strich bürstet oder eben niederreißt. Und dann, was er halt auch zum Thema L.A. oder halt Konsumgesellschaft und Korruption und Kapitalismus und so weiter zu sagen hat. Und dann halt auch aufgrund der Action, die er in Form einer wirklich grandiosen Verfolgungsjagd bietet. Also, Leben und Sterben in L.A. für mich ein Klassiker, den es lohnt, sich nochmal zu erschließen oder beziehungsweise den es lohnt zu entdecken, falls ihr es noch nicht getan habt, macht es gerne auf diesem Mediabook, es lohnt sich.